Hallo, wie mache ich in Premiere Pro einen Teil meines Videos schneller oder langsamer? Wir haben hier unser Video, das wollen wir bearbeiten, das soll schneller oder langsamer sein. Das erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen das teilen. Dazu drücken wir einfach C auf der Tastatur oder wir wählen hier die Rasierklinge, ist dasselbe, und schneiden das Video an der Stelle so, dass wir einen Ausschnitt haben, den wir schneller machen wollen. Ich kann das jetzt mal hier nach oben schieben, so, und dann drücken wir die Taste R, das ist dieses Ding hier, Rate ausdehnen, heißt das Tool, und da können wir jetzt einfach schneller, Entschuldigung, langsamer oder schneller machen, ganz einfach. Und wenn wir uns jetzt noch, in diesem Fall ist jetzt kein Ton dabei, aber wenn wir sagen, uns kümmert auch der Ton, können wir jetzt nochmal einen Rechtsklick machen, das ist natürlich jetzt nicht verändert, so, können wir einen Rechtsklick machen, Geschwindigkeit und Dauer, und dann könnte man hier noch sagen, die Tonhöhe beibehalten. Wie mache ich das, wenn ich jetzt aber, wenn ich jetzt wie in dem Fall hier irgendwie so abhängige Videos habe, das heißt, den Teil hier will ich zum Beispiel schneller machen, Achtung, so, will ich schneller machen, aber dann ist ja jetzt hier eine Lücke, was ist denn jetzt mit dem Teil? Dann muss ich ja den hier auch so, und wie ist das, gerade wenn man jetzt mit Untertiteln oder sowas arbeitet, vielleicht ist das ein bisschen schwierig. Das, was man dann machen kann, ist, eine Möglichkeit ist zu sagen, dieser Teil, der hier, wenn der jetzt so wie dieser Teil hier ist, okay, das ist sehr schwer erklärt, so, also sagen wir, wir haben hier einen unabhängigen Teil, wir haben hier ganz viele Videoclips drin und dieser Teil ist aber unabhängig, dann können wir sagen, diesen Teil markieren wir, Rechtsklick, und dann können wir sagen, verschachteln, dann macht er uns eine neue Sequenz, was das bedeutet ist, der nimmt diese Videos hier, packt sie in eine schwarze Kiste, in eine Art Blackbox und zeigt uns dann nur das Ergebnis, so, als ob das das eigentliche Video wäre, was wir importiert hätten. Und dann können wir hier auch wieder markieren und dann hier das Ganze kürzer machen und dann vielleicht noch Rechtsklick-Lücke schließen. Das war jetzt für den Fall, dass wir hier so ein, ich mache das nochmal zurück, dass wir hier so einen komplett unabhängigen Bereich haben, der jetzt mit dem Clipzeug hier hinten nichts mehr zu tun hat. Und die, ich sage mal so, das letzte Mittel der Wahl wäre auch ansonsten noch zu sagen, wir machen eine neue Sequenz, ich mache mal hier neue Sequenz, so, machen wir okay, so, und dann können wir die Sequenz 1, die wir eben hatten, Achtung, Sequenz 1, das ist Sequenz 1 mit unseren Clips, so, die wird jetzt, die sind jetzt quasi alle, die sind jetzt alle hier auch in der Blackbox, das ist im Grunde dasselbe, was wir eben gemacht haben, nur mit allem, mit allen Clips. Und dann können wir jetzt hier sagen, okay, wir wollen es von hier bis hier schneller machen und dann machen wir das hier schneller und schließen die Lücke. Das geht also auch. Und vielleicht nochmal nur so ganz am Ende, am Rande, man könnte das, was wir eben hier mit neue Sequenz gemacht haben, natürlich auch einfach mit Rechtsklick und dann sagen, hier, neue Sequenz aus Clip. Das macht genau dasselbe. So, können wir hier einen Doppelklick drauf machen, so sieht man, das ist auch hier so in der Blackbox drin. So, das soll es auch schon gewesen sein, vielen Dank fürs Schauen.